Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch anzeigen, wie wir bei X-Defined ganz einfach unsere Sprache ändern können. Dafür öffnen wir als allererstes einmal die Einstellungen. Hier haben wir dann links an der Seite etwas weiter unten die Option Sprache und Barrierefreiheit. Das wählen wir also einmal aus. Dann haben wir hier als erstes die Spielsprache. Das ist sozusagen dann die Anzeigesprache hier im Spiel. Ich könnte das jetzt hier beispielsweise umstellen. Ich denke mal, das ist Chinesisch oder so und ihr seht es, dann verstehe ich persönlich hier gerade gar nichts mehr. Hier können wir dann also Deutsch auswählen, Englisch oder welche Sprache auch immer wir eben sozusagen hier im Menü und generell im Spiel haben möchten. Und dann gibt es noch die Dialogsprache. Das ist dann zum Beispiel, wenn während des Spiels irgendwelche Informationen oder Anweisungen von diesem Kommentator kommen, beispielsweise, dass ein Team gerade den und den Punkt einnimmt. Auch dafür können wir also gegebenenfalls extra nochmal eine andere Sprache einstellen. So einfach können wir unsere Sprache bei X-Defined ändern. Lasst mir gerne einen Like und ein Abo da. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!